Musik 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 Ah! Präsenter Ton! Einmal muss es ja passieren am Tag, oder? Musik 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 Ich denke, die Fahrradfahrer haben ja kein Walkie dabei. Scheuch sie mal los. Die warten einfach auf die Mopedfahrer und fahren gemeinsam wieder zurück. Nee, die sollen nicht auf die Moped fahr... Achso, dann gemeinsam zurück. Musik Du hast nicht Sit gesagt. Achso, ja. So, jetzt sollen sie losfahren. Jetzt sollen sie losfahren. Was macht ihr da? Nee, das sollst du sagen. Was macht ihr da? Nein, du... Ich weiß nicht, wie viel ist, was ich sage. Sorry. Sie müssen unterschreiben, sorry. Sie müssen unterschreiben, sorry. Ist okay. Das war aber wunderschön. Machen wir nochmal. Okay, also wir sind bereit jetzt. Wir laufen schon seit einer Minute. Aber das hilft ja nicht. Das ist jetzt aufgehörig. Stopp, danke. Das darf ich. Ja, okay. Wir drehen hier. Drehen. Entschuldigung. Nein. Wir drehen gerade. Sit. Komm bitte. Hey Digga, schönen Grüß von Binnen und Maja. Danke. Was ist passiert? Scheiße. Sie fahren. Stopp. Stopp. Was? Stopp. Nochmal. Alle Spaten nochmal zurück. Ja, warte, eben. Die muss nochmal ab. Hacke. Hast du gegrinst gerade? Und sit. Bitte. Ding Dong. Ja, fuck. Bei Ding Dong stehe ich jetzt auf. Wie sollen die Mopeds fahren, hintereinander oder nebeneinander? Rita und Lisa zuerst und dann so ca. 6 bis 10 Meter dahinter die anderen. Ich mach mal 5 draus. Jagssch. Det sei es. Aus dem habe ich... Noch nach czasu in den minutos wieder Baldkea. Es kommt glöten. Pas mal anderes. Sie haben jetzt wieder. Check guys. Die sind nur science.